guten morgen aus dem sonnigen hannover endlich mal wieder besseres wetter hier herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind mal wieder in unserem genialen lexus unterwegs das erste was ich euch zeigen muss halt das ich fasse es immer noch nicht diese wenn das nicht hier 2000 als ich damals mein erstes auto fertig gemacht habe da war das wirklich der das krasseste vom krassen wenn man ein radio hat mit ausfahrbar und display und heute belächelt man darüber aber es irgendwie immer wieder witzig folgendes wir machen heute eine kleine bestandsaufnahme mit unserem lexus unserem neuesten familienmitglied das heißt wir fahren zu benni bk performance dort werden wir haltet euch fest eine leistungsmessung machen einfach mal gucken wie gut diese supra motoren so im futter stehen soll 222 PS haben dann werden wir das auto natürlich einmal wiegen weil dieses fahrzeug soll 1740 kg wiegen laut papier dann gucken wir mal wie viel supra in diesem auto eigentlich so drin steckt heißt vorderachse hinterachse wie der motor im motorraum sitzt weil benni hat nämlich noch eine andere supra da extrem krasse supra alles was geht wirklich so und so weiter und anschließend würde ich gerne noch mal die chance auf der bühne nutzen und einfach mal so ein bisschen vorne hinten messen und gucken was da wohl so an reifenbreite darauf gehen könnte gerade hinten in sachen traktion die breite einfach mal gucken wie viel platz da so nach innen hin noch ist weil ich selber habe so ein ding noch nie auf der bühne gesehen und generell wie der hier mit 300.000 kilometer japaner deutsches auto von unten so aussieht nicht dass uns da noch die großen rostlöcher erwartet und das projekt quasi heute schon beendet wird an der stelle schon mal alle lexus liebhaber wird jetzt gefragt ist wirklich gar nicht so einfach für das ding hier teile zu finden wenn einer hat hätte ich gerne eine heile stoßstange für vorne weil die ein bisschen defekt ist und jetzt kommt eigentlich hätte ich gerne eine anhängerkupplung an dem ding also wenn einer von euch noch eine anhängerkupplung für den lexus gs hat dann einmal in die kommentare oder per e mail oder per instagram die würde ich euch gerne abkaufen weil das wäre nochmal ein highlight ja ich bin gespannt bisher wirklich nur positives feedback zu dem ding feier die farbe auf jeden fall und ehrlich gesagt war ich sogar schon um überlegen das ding beim alltag bisschen zu fahren weil er wirklich so geil cruist ist man da wirklich also wenn das ding wirklich 1700 kilo wiegt fünf gang automatik dann finde ich diese 222 ps eigentlich schon gut und man liest so gar nichts im internet darüber ob diese saugermotoren gut im futter stehen oder tendenziell nach unten streuen weiß ich also mein bauchgefühl wird mir eher sagen dass das irgendwie in richtung irgendwie eher so 200 also 220 230 242 aber ich würde sagen ab zu benni mal gucken was wir als erstes machen und am ende sind wir alles sind wir alle heute kleine lexus experten wo sitzt wenn man das mit dem neuen teil macht moin moin Ja, wir haben den Goldbarren schon hier bewegt. Ja, cool, sehr schön. Immer wieder ein Highlight, das Ding zu fahren. Ja, wollen wir den mal messen. Und ich habe auch gesagt, keine Ahnung, ob so eine Super eher gut im Saft steht oder schlecht im Saft steht. Weil er fährt für 220, 222 PS schon. Dreht dafür auf jeden Fall zu mehr und finde ich. Ja, ein paar Burnout hat eigentlich gekauft. Ja. Hat auch tatsächlich der Vorbesitzer das letzte Video gesehen und direkt geschrieben meinte, ey, er hat nie einen Burnout mit dem Auto gemacht. Dann komm her. Aber ich finde es auch geil, dass das Auto jetzt ein bisschen Liebe bekommt. Ähm, ja, ne klar, können wir gerne, wenn du willst, einfach einmal messen. Dann hat man so eine Bestandsaufnahme und weiß mal, wie er wirklich im Saft steht. So, und damit wir euch nicht zu viel verfolgen haben. Das hier nämlich, das spätere Objekt der Begierde. So könnte das mal im Lexus aussehen. Ich denke, das wäre okay. Kann man machen, ne? Ja, wäre okay. Dirk auch, kann man mit arbeiten. Ne, ne? Das ist das Ding. Okay, das ist jetzt die erste Generation vom Motor, ne? Ohne VVT. Also ohne Nockenwellenverstellung. Mhm. Was ist das für ein Toro-Lader, Alter? XXL. Oder XXXL. Was ist das? Ist das so PT85? Oder? Das ist so ein ProMod-Lader. Ich glaube, das ist Inducer 92 oder 94 oder so. Das ist richtig fett. Im jeden Fall. Richtig groß. Die Supra-Kollegen haben alle immer so eine Riesenansatzbrücke, ne? Ja. Wobei sich hier ja scheinbar schon einer Gedanken gemacht hat irgendwie, ne? Mhm. Definitiv. Weil das sieht ja nicht so aus wie aus Platzgründen weggeschnitten. Weil eigentlich ist ja nichts im Weg. Mhm. Sondern irgendwie schon... Das war ja eigentlich schon krass, wenn ich jetzt mal so an die früheren Zeiten denke. Du weißt schon, welche Leute ich da so meine, die dann damals schon so rumgeballert sind. Wie lange oder wie viel durch Serien-Sauber und so schon gegangen ist. Eigentlich damals schon krass gewesen halt, ne? Ja, ja. Also ich glaube so 8, 900 bis 1000 konntest du mit Serien locker da immer locker fahren. Bisschen bearbeiten. Ja. Bisschen bearbeiten. Wirklich krass. Der ist hier zum Abstimmen hier oder ausgeboren oder was macht er? Motorkabel bauen einmal komplett und Lichtkabel bauen und sowas. Und dann halt abstimmen. Ist aber reines Rennauto oder soll auch ein bisschen... Ich glaube, nach meines Wissens ist das dann ein reines... Halbeviertel meiner Auto. Ja, genau. Ah, okay. Das heißt, kommt noch ein PDM rein oder wie macht das? Ja. Genau. Wenn wieder lieferbar. Wenn wieder lieferbar. Genau. Aber da wird jetzt, ich sag mal in Zukunft auf jeden Fall, denke ich mal ein bisschen nach wie jetzt wieder kommen. Weil es ist nämlich witzig, nachdem ich mich mit der Thematik MaxE2 ein bisschen so angefangen habe zu beschäftigen, ne? Witzig ist auch, man merkt richtig so in Deutschland, wie da schon so ein bisschen so immer mehr so auf den Trip so kommen. Ja. Zack, boom, ich höre lieber was. Ja. Ja. Aber auch Steuergeräte und so waren jetzt wirklich alles Engpass, ne? Also das kommt jetzt auf jeden Fall wieder alles, aber da war auf jeden Fall mehr Nachfrage als, ja, was bei Flipboard ist. Tja, der Lupo hat auch mal einen geilen Sturz hinten, ne? Ja, weil er jetzt gerade relativ hoch ist. Normalerweise ist auch das Ding Luft und dann ist der ein bisschen... Ah, okay. Also ist jetzt kein Track-Tool oder sowas mit drei Grad? Nee, nee, nee. Ist ein reines Straßenrohr. Ja, okay. Ich würde sagen, du fährst den Goldbach immer auf den Rutsch. Merci. Warte mal, ein Highline habe ich noch, ne? Dann steigst du gleich komplett aus. Alter, du machst uns gut jetzt, ey. Ja, das geht, ne? Geil, leider. Also, was auf jeden Fall schon geil ist, gefühlt schafft das Ding ja gar nicht mal den Fußball anzutreiben, ne? Nein. Und sofort stehen trotzdem alle drumherum und lachen dann. Ja, ja, ja. Wenn man einfach so bescheuert ist... Aber es fühlt sich gut an. Bescheuert ist, dass es schon wieder witzig ist. So. Ja. Fühlt sich gut an als Wasserbauer. Ja. Ja. Ich würde den... Nicht, dass er Schnupf hat. Ja, ich würde jetzt 195, besser, was soll der haben? 222 tatsächlich. 222. Ich würde aber in der Tat mal probieren, den Eingang höher zu messen. Weil der vierte ist gleich auf Drive oder wie ist das hier? Ich mag's gar nicht. Also der hat auf jeden Fall noch einen mehr. Also du kannst in der Stellung so und kannst den rüberziehen, dann ist der Float. Der Drive ist noch als Fünfter, also noch einer mehr. Ja, bloß ich habe gerade gemerkt, ich kann da unten raus nicht gleich Vollgas geben. Vielleicht muss ich da die Messung einfach irgendwie bei drei oder dreieinhalbtausend erst anfangen. Weil er dann da runter schaltet, oder? Ja, er schaltet es sonst runter. Das würde ich jetzt noch einmal machen, weil ich glaube, da stehen sogar ein paar Pärtchen mehr. Ja, meinst du jetzt? Es grünst mir zuerst vorstellen. Aber das ist ja knappe 30, wer ist die eigentlich für eben? Ja. Ich würde sie mit dem Eingang höher noch mal gerne probieren. Na, gucken wir mal. Auf jeden Fall ein Roto, wo die Reifen und der Lüfter lauter ist als Herr Osten. So wird die Messung jetzt noch passen. Ich würde das einfach zu kurz. Schauen wir mal. Alter! Okay, ja, scheiße. Das ist schon mal auskuppeln, aber... Begrenze ich. ...212 fährt. Okay, also immerhin schon mal ein bisschen besser. Auskuppeln oder begrenzen vielleicht oder so? Ja, ja, ja. Das ist halt bei einer Automatik mal schwierig, weil die Kuppeln fehlt. Ganz genau. Das heißt, wir halten da aber fest. Meine Cora in sich eigentlich schon ganz gut. Ja. Also er schafft es schon zu halten. Hier denke ich mal auch, das wird so ein bisschen der VVT-E sein. Dass der schon mit 300 Newtonmeter, dass der ja eigentlich ganz stark ist. Weil ich mich stark sagen kann. Und hier wird genau der Umstellpunkt von der VVT-E sein. 200 PS. Ja. 220? 22, ja. Also eigentlich gehen schon 10 PS. Ja, aber andererseits... Hat er die jemals gehabt? 10 PS für 300.000 Kilometer. Keine Ahnung, was da jetzt ein Sprint drin ist und so. Dafür hat man so ein Ding halt auch nie neu gemessen. Wobei doch, ich hab ganz normal so Kuppeln gefangen. Ja, okay. Mal so Kuppeln gefangen. Meinetwegen. Kann ja auch schon ein bisschen aufschlaggebend sein, ne? Je nachdem, wenn der da... Klubsensoren kommen die glaube ich schon, ne? Ja, klar. Aber immerhin wird es vorne fest. Ja. Okay. Das heißt, ich würde sagen, als nächstes fliegen wir das Ding mal. Nehmen wir einmal fliegen. So. Der hat auch eine andere Ölwanne. Der Aristo und Lexus hat eine Ölwanne, wo der Sumpf vorne ist. Weil der Motor mehr vor der Achse sitzt. Okay. Falsch. Der Sumpf ist hinten, weil... Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Bei der Supra ist der Sumpf hinter der Achse. Glaube ich. Weil der Motor so weit hinten sitzt. Genau. Man sieht so schon so ein bisschen. Wenn wir hier, sagen wir mal Mitte gehen, dann sieht man ja so schon, wenn die Achse ist, der hat den Sumpf hinter der Achse. So. Und hier sitzt der Motor. Ich meine, es ist gefühlt nicht so viel, aber ein bisschen ist es schon. Guck mal, wir sind hier Dom, Mitte bei Zylinder. Eins, zwei, drei. Knapp. Knapp. Zwischen drei und vier. Und hier sind wir. Können wir nicht sehen. Todelade zu groß. Aber gehen wir nach der Kerze. Guck mal, wir sind zwischen zwei und drei. Also schon eine Zylinderlänge, die der Motor weiter hinten sitzt. Deswegen ist halt hier auch bei Supra immer so krass viel Platz vorne. Ja. Und deswegen haben die dann eine Ölwanne, wo der Sumpf vorne ist. Das war auch die Ölwanne, die ich damals für mein Stricherprojekt besorgt hatte. Um den halt in den Benz reinzukriegen. War damals gar nicht so einfach. Aber okay. Der Motor sitzt also ein bisschen weiter vorne. Was es ja theoretisch für Turbolader und so fast einfacher macht, ne? Ja, also du hast ja eh keinen. Ein Zylinderabstand sitzt der Motor ungefähr weiter vorne. Ah, okay. Deswegen auch andere Ölwanne. Ah, okay. Der Vorteil bei denen ist, dass es quasi gerade drin steht. Das heißt, du hast links und rechts ausreichend Platz. Ja, ja. Die BMWs liegen halt, dann hast du für'n Lada kommt das. Ja, hier passt schon so schön. Naja. Vor allem auch die Tiefe von hier so, ne? Finde ich auch echt viel. Also ich könnte mir hier so... Guck mal bis zum Dom haben wir hier 26 cm vom Block ungefähr. Können wir hier natürlich fast nichts messen, weil das Ding so voll ist. Ja doch genau auch 26, krass. Also der Motorraum ist ehrlich gesagt schon relativ ähnlich. Nur, dass es halt das gar nicht hier gibt, weil alles weiter nach hinten ist. Aber sonst so, ich bin gespannt, wie die Achse und so von unten ist. Ja. Ob die die gleichen Achsen und so auch haben. Ja. Ladeluftkühler wird halt so'n Thema, ne? Also klar, platzt es hier, aber der bringt halt nicht viel mit der Showstange, ne? Ja, okay. Das ist es halt, ne? Weil wenn du nach ganz unten reinhängst, hier unten, dann würde das ja sogar gehen, ne? Ja, hast du doch schon. Ich weiß nicht, ob man die WMI sonst macht oder so halt, ne? Das funktioniert ja immer, ne? Ja, ein paar Mal im Bordstand hat er aber hier schon, beim Parken, fast durchgeschliffen. Okay. Das heißt, wir können als erstes auf jeden Fall schon mal sagen, Motor ein bisschen weiter vorne, aber platzmäßig viel. Okay, wenn man von hier so reinguckt, ist das schon ein krasses Loch, ne? Ja, ja. Passt was Schönes hin. Das heißt, du würdest, wenn dann, Lada so positionieren oder sogar noch weiter vorne? Hm. Also ich glaube, rein optisch, ich würde es sogar, glaube ich, feiern, wenn das hier so'n bisschen weiter vorne sitzt. Also, und dann Verdichtergehäuse wahrscheinlich auch? Genau. Ja, wobei relativ gerade wegen Downpipe, ne? Hm. Vielleicht so'n ganz bisschen schräg, ne? Ja, so'n bisschen schräg würde ich, glaube ich, schon machen, so in die Richtung. Man könnte bei der Kiste, das wäre natürlich fast prädestiniert dafür, so'n Krümmer mal zu machen, weißt du, der so hinten wieder hoch geht. Aber das ist natürlich mit Downpipe schwierig. Schwierig, ja. Weißt du, so'n 6er gerolltes Ding. Also optisch könnte ich mir hier verschiedene coole Varianten vorstellen. Okay. Ähm. Ja, sonst können wir relativ wenig vergleichen, weil, ähm. Das ist alles umgebaut. Genau, der GE, also der Non-Turbo, hat einen anderen Ventilwirkel. Der ist ein bisschen anders. Mhm. Ähm. Der sieht deutlich glatter und cooler so'n bisschen aus, ne? Aber klar, sonst ist natürlich alles, alles umgebaut. Oder Saugerprojekt mit Einzel-Draussel. Sechsfach. Ja. Aber dann mit der Automatik. Ja, ja. Damit das Ding dann so'n Gang runterschaltet. So richtig schreit. Ja, aber das, der hat keine Gedenksekunde oder sowas, ne? Das Ding ist sofort so und nicht am Gas. Ja, vor allem, also wie der so eingeguckt wird, wie der Wandler und so. Ja. Heftig. Ja, ne, das ist, äh. Das hat doch Übel angedreht, das. Also für den Fall der Fälle, dass wir an diesem Ding irgendwann noch mal durchdrehen. Hm. Was hast du, Lader hier so? Ja, also theoretisch muss man erstmal so'n Lader da haben und den da mal reinhalten. Aber ich könnte mir das schon ganz gut da vorstellen. So, dann wird halt das Problem sein, zum Laderluftkühler zu kommen. Also Problem nicht. Da kann man eigentlich nur, wenn man nix da schneiden will, da durchgehen, ne? Hm. Ja, Luftfiltertechnisch müsste man ja ein bisschen Platz auch noch lassen, ne? Genau. Und Luftfilter muss halt eigentlich hier irgendwo hin, ne? Also eigentlich gar kein Platz. Dann kann man vielleicht nen Lader doch nicht so weiter vorne machen, ne? Das müsste man einfach... Direkt nicht. Das wär auf jeden Fall das entspannlichste. Und sonst so, ja doch, das würde sogar gehen, ne? Also da unten rein, unten nen Ladekühler. Hm. Und hier einfach wieder hoch. Mit Brücke irgendwie. Ja. Okay. Zukunftsmusik. Jetzt sind wir erstmal für andere Sachen da. Ich würd sagen, fahr mal hoch, da sind wir gespannt, wie er so rostmäßig aussieht. Wir haben wirklich noch gar nicht runtergeguckt. Echt? Ich war noch gar nicht unten. Boah, richtig gut. Also, ich bin echt erschrocken wie gut. Das ist hier vorne. Für europäisches Auto, ne? Ja. Definitiv. Okay, hier ist normalerweise ein Unterfasch jetzt runter, der ist nicht mehr vorhanden. Von hier nach hier. Okay, doch, aber hier ist schon gut. Da muss man, wenn du von hier, von der Seite rein filmst, sieht man schon, dass hier eigentlich ganz gut mit dem Platz runter ist. Ja. Der Fahrschutz liegt noch bei Reden und dem Parkplatz. Ähm. Ja, rostmäßig hätte ich ehrlich gesagt auch. Nein, richtig gut. Schlimmeres erwartet, weil, wenn du doch hier so, fängt so ein ganz bisschen an. Die typische Wagenhimmaufnahme, wo halt schon ein paar Mal... Ah, das ist gute Automatik. Guck mal, auch schon bi-cut das Ding, ne? Schon zwei Cuts. Mhm. Ja, aber trotzdem mal so, ich meine jetzt nur... Ja, das ist natürlich auch mal geile. Hier. Aber, ähm, wie sieht die original? Weil das ist ja eigentlich so Ami-Zeugs irgendwie, ne? Aber der ist so leise, das muss original sein. Aber das gab's schon so, ja. Das muss original sein, ja. Das steht auch noch Toyota drauf, ja. Geil. Guck dir mal an. Alter. Oh, ich weiß nicht. Die Öl sind noch mal rot gemacht. Ey, das ist aber ein guter Pott. Also, ich bin echt gespannt, was das Ding wiegt. Also, er soll 17,40 laut Papieren wiegen. 17,40. Ja, Sättel auch rot gemacht, sehr gut. Die Hinterachse so ein bisschen rostiger, aber auch noch echt entspannt, ne? Für das... Guck mal, es dürfte nicht eintropfen nach 300. Ja, das ist kurz trocken. Also, diese typischen Aufnahmen halt, da fällt so ein bisschen an zu blöttern, aber jetzt auch nichts mehr. Aber, äh, Diff finde ich sieht verhältnismäßig klein aus. Ja. Groß ist es nicht, ja. So? Ich bin mal gespannt. Wir fahren auf jeden Fall die Supra mal hoch. Da wird wahrscheinlich feinste Ware drunter sein. Ja, da ist... Da ist ein anderes Diff drin. Aber nur mal, nur mal um zu gucken, vor der Achse, hinter der Achse, ob das von der Achse, ob die eigentlichen Achsen gleich aufgebaut sind. Ja. Ja, sonst so, ehrliches Auto halt, ne? Definitiv. Also, ich hätte es mir jetzt schlechter vorgestellt. Kann man nichts... Kann man nicht anders sagen, ne? Was ich eigentlich ganz cool bei den Kisten immer finde, ist, dass da auch mal so Platz ist überall, ne? Also klar, es wird so manche Bereiche geben, wo man so gar nicht rankommt, aber in Summe schon eigentlich. Ne, auf jeden Fall. Ja, dann... Ja, dann... Einmal den Suprauch hier. So, wir fangen mal hier an. Genau. Da sieht man jetzt, der Sumpf ist quasi hinter der Achse. Wir haben hier einen Dreieckslenker, Sturzverstellung, Fahrwerk ist da drauf geschraubt. Und das sieht sogar nach Alu aus, ne? Ja, das ist Alu. So ein Alu-Hauptträger. Ja. Gehen wir mal einmal rüber. Gucken mal. Ah, ne, Achse ist komplett anders aufgebaut. Ja, hinter und so? Ja. Also Achsen sind doch komplett anders. Gar kein Dreieckslenker, ähm, sondern... Ja, ich meine, klar ist keine Leistung drauf, ne? Aber sonst wird sich das natürlich alles sofort verbiegen, weil das ist ja wirklich nur ein Hauptlenker und ein Führungslenker, der da reingeschraubt ist, ne? Naja, im Prinzip nimmt der hier alles auf, ne? Ja, ja, ja. An Bewegung, ja. Aber Achse, Lenkgetriebe, oder ist es einfach nur so, dass man das theoretisch umbauen könnte? Zwei Verschraubungspunkte? Ah, ne, okay. Ich weiß warum. Weil Lenkgetriebe dementsprechend hier auch vor der Achse sitzt, weil dahinter ja der Motor ist. Okay, ja, macht so. Weißt du, hier ist Lenkgetriebe, weil hier gar kein Platz ist. Bei dem ist das Lenkgetriebe dahinter und somit klar ist ganz anders aufgebaut. Alter, hier in Alus Orange. Okay, das ist natürlich einmal alles hier. Das können wir natürlich schlecht vergleichen. Ja. Tschung, Mann. Kleider. Ja, willst du wissen, ne? Schon ein bisschen modifiziert hier. Aber das Gute ist, Achskörper ist in dem Fall noch original. Das heißt, wir können immerhin gucken, ob die Supra-Diffs passen würden. Mhm. Erstmal Hinterachse, hier eine Strebe, Spurstange, unten eine Strebe. Hier eine Strebe, Spurstange und die untere Strebe. Guck dir die hintere Rippe auch nochmal an. So. Ich würde fast sagen, dass die Hinterachse... Die zwei Balons sozusagen. Genau. Hinten ist das Diff da reingesteckt. Das sieht so aus wie da drüben. Und hier... Das ist auch reingesteckt. Ja, ja. Hier kann man es gut sehen. Also klar, das ist natürlich hier... Ähm... Tschung, ist hier viel Platz hinten, ne? Mhm. Doch, Hinterachse würde ich sagen, ist gleich. Also, ähnlich oder? Genau, hier ist es ja gerade jetzt mit diesem Spezialhalter das Diff angeschraubt, weil das ist ja wirklich Viertelmeile einmal alles was geht. Aber wir haben hier einen Lochabstand von 35. Und hier ist das Diff. Ja, auch 35. Okay. Das heißt, immerhin hier passen zumindest schon mal die großen Supra Turbo Diffs rein. Das ist schon mal geil. Weil die sind ja eigentlich für das, was wir vielleicht irgendwann mal mit diesem Auto vorhaben und kaputt waren. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, haben wir das schon mal erklärt. Vorderachse komplett anders, weil der Motor anders sitzt. Hinterachse super. Was schon mal viel Wert ist. Ähm... Jetzt würde ich gerne einmal gucken, was so... Oh ja, die Pelle... Ich fordere das nicht besser. Jetzt Schäfchen runtergerockt. Jetzt würde ich gerne mal einmal gucken. Hier ist jetzt gerade schon ein 2,25 drauf. Und ich wollte mal einmal gucken, wie das eigentlich nach innen ist. Mhm. Wenn das Federbein ein bisschen schlanker wird, ist da eigentlich Platz ohne Ende. Ja. Weil wir reden da ja locker von... Eigentlich Feder baut halt echt stark auf, ne? Jetzt gerade haben wir zur Feder 4 cm. Das heißt, mit einem anderen Fahrwerk sind da nach innen locker 6 cm. Und nach außen, wenn er auf Rädern steht... Sollen wir mal einmal angucken? Was zur Farbe? Ich fahr ja die Farbe. Wird echt ein bisschen geguckt. Ein bisschen geguckt. Statt Silber da drin. Dunkelblauer. Ja. Und irgendwie... Zu der Kiste passt das? Jetzt passt das zum Goldbarren irgendwie perfekt. Oder halt so... Zu 10 cm. Und... 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 Dschungel. Ähm... Weil das sind ja auch locker nochmal... nochmal 4 cm, die wir hier haben, ne? Müsste mal jetzt gucken, wie die Achse sich verhält. Aber in Summe... Guck mal, das ist schon 2,25 cm. Mhm. Also ich behaupte jetzt mal ne... Keine Ahnung. Also ich glaube so ne 9 x 18 cm. Irgendwie ne 9,5 x 18 cm. Mit nem 2,65 cm. Oder wenn ich so wäre in Richtung 2,75 cm, würde ja locker runtergehen. Ja. Ohne Probleme. Und ohne, dass man da kurz Sturz reindreht. Ich meine, wir können ja die Hardcore-Variante messen. Es geht noch einfacher. Guck mal, wir haben... Von hier nach hier an der weitesten Stelle. Also da, wo es am ehesten anliegen wird. Mhm. Das wird schon hier sein. Äh... Haben wir 32 cm. Okay. Ja, das ist schon... Ja, das heißt mit einem 305 cm wird es dann irgendwann saftig. Egal wie viel Sturz und so weiter. Aber 2,75 cm wird man da ohne Probleme runtergehen. Ja, geil. Okay. Also Basis top. Jetzt eine letzte Sache. Jetzt wo wir wissen, dass wir schon ziehen, der es zu wenig hat. Jetzt müssen wir aber einmal checken, was das Ding wiegt. Manchmal stelle ich mir die Frage, was würde ich ohne diese Wagen machen. So, Moment. 16,69. Also, ist jetzt nicht leicht, aber immerhin tatsächlich da... Das ist so mit das erste Auto, wo die Angabe im Schein tatsächlich mal hinkommt. Ja. War auch schon so ein bisschen meine Vermutung, dass die Japaner da wahrscheinlich ehrlicher sind. Weil die Angabe im Schein ist ja eigentlich 90% vom Tank. 80, 90% vom Tank. 75 Kilo Fahrer. 55 Kilo Fahrer. So, das heißt, rechnen wir jetzt erstmal auf die 1679, 75 Kilo Fahrer drauf. Sind wir bei 74, 1744. So, jetzt erstmal so ein bisschen Klimbim mit Radio und was noch so drin ist raus. Kofferraum plus Sprit ein bisschen rein. Sind wir ziemlich genau bei dem, was drin steht. Okay. Das heißt, wir fassen zusammen. Aber guck mal, wie krass gleichmäßig das Ding ist. 46% hinten, 54 vorne. Ja. Doch, Nordschland? Das wär's mal, oder? Wir halten fest, 10 PS hat er verloren. Dafür 1669 Kilo. Das ist auf jeden Fall cool. Vorderachse anders. Hinterachse gleich. Das heißt, wenn's ernst wird, Turbo-Diff. Ja, passt. Mal gucken. Wenn einer von euch eine Stoßstange vorne oder eine Anhängerkupplung hat, bitte melden. Benni, danke, dass wir den Kuhstand kurz nutzen konnten. Klar. Plus Hebelbühne. Kleine Bestandsaufnahme. Projektaufnahme, Bestandsaufnahme. Projektaufnahme kommt noch, vielleicht. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.